Herzlich Willkommen Meine Freunde Wir haben 6.20 Uhr Ja, eigentlich wollte ich um 4 Uhr joggen gehen, aber Irgendwie habe ich so blöd geschlafen, dass ich es dann nicht geschafft habe Vielleicht sehen wir ja die Sonne Oh, da hinten Okay, wir gehen erstmal zum Strand, würde ich sagen Denn es ist gut, dass es jetzt gerade so ist So 6 Uhr Denn es gibt dann andere Insekten hier Die wir noch nicht haben An den Bäumen Ich habe jetzt nur nicht drauf geachtet, ob die Ähm Ähm An den Palmen hängen oder auf normalen Bäumen Das werden wir uns dann noch Das werden wir dann schon sehen Aber Hier ist auf jeden Fall nichts Außer an Krebs Ein Krebs, ein Krebs, ein Krebs Ja, ich habe richtig schlecht geschlafen Ich war irgendwie immer gefühlt 2 Stunden schlafen Dann war ich wach Für eine halbe Stunde Dann habe ich wieder 2 Stunden geschlafen Irgendwie sowas, ne? Zwischendurch habe ich geträumt Und ich habe mich beworben An irgendeiner Uni Ähm Und die haben auch gesagt Ja, du musst ein Praktikum machen Dann bin ich zu meinem Vatergang Der hat irgendwo auf dem Berg dort gearbeitet Ich habe keine Ahnung wie der auf dem Berg Aber hat der auf jeden Fall Und Warte, da ist ein Insekt Dann rede ich weiter Da habe ich es Ähm Oh, neu Eine Abendzikale Sehr schön Sehr, sehr schön So, da haben wir schon mal eine Ich habe keine Ahnung wie viele Es hier gibt Aber ist in Ordnung Genau Der hat auf dem Berg gearbeitet Hat danach gefragt Die mussten irgendwie Äh, so Felder pflügen Irgendwie Also Felder haben die irgendwie gemacht Keine Ahnung Da war ich auf jeden Fall War sehr, sehr Interessant Ich habe mich da irgendwie Total nutzlos gefühlt Keine Ahnung Ich hatte dann da oben auch irgendwie Ein Schlafzimmer oder sowas Richtig seltsam Und Den habe ich auch Ist aber kein riesen Ding Ne Genau Hatte dort ein Schlafzimmer Und als ich dann schlafen gehen wollte Dann Hatte ich das Problem Dass irgendwie mein Äh, dass die Tür nicht richtig zu ging Ja Dann bin ich halt an die Tür Ja Und da war halt so ein Junge Und der hat dann gedacht Haha Ich wusste, dass du uns belauscht Als er gesehen hat Dass ich da stand Weil ich die Tür versucht habe Zu zu machen Dann hat er geklopft Was Was belauscht du uns, Alter Ja Und dann habe ich ihn überzeugt Dass die Tür kaputt ist Beziehungsweise Was heißt überzeugt Ne Ich habe ihm gesagt Die Tür ist kaputt Dann hat er gelacht Hahaha Das glaubte doch eh keiner Dann habe ich gesagt Probier es aus Und dann nochmal mal Eingeschlossen Toll Das war ein Traum Leute Das war ein Traum Hahaha Richtig seltsam Zwischen durch hatte ich immer das Gefühl Der würde mich jetzt gleich schlagen Oh Gott Leute Ist Rainer da Vielleicht Nach dem Schock Ne Okay Wieso ist hier Unkraut Egal Egal So Weiter Bäume hier Begutachten Ich weiß Ich weiß dass es glaube ich Noch zwei Käfer hier gibt Vielleicht auch noch mehr Ich Oh ich hätte eigentlich Die ganze Liste Durchgehen müssen Und nicht nur ein paar Dann habe ich gesehen Oh Ein paar nur bis 8 Uhr Die Schwule ich mir heute Ach man Die ganzen Bäume hier Die stimmen hier zu beieinander Aber naja Ja Joana Ich brauche keine Rüben Tut mir leid Rüben Düben Das ist auch nichts Ne Vielleicht hier oben Ne Das ist auch nichts Okay Dann gehe ich mal ganz kurz hier rein Ach KK Ist er da Boah Und ich dachte ich hätte mein Handy geladen Ja Aber nein 14% Da dachte ich Hä Bin ich so blöd Habe ich mein Handy nicht geladen Ich bleibe mir so sicher Dass ich es geladen habe Das war ja relativ Eine komische Nacht Leute Eine sehr 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 komische Nacht Voll Hast du gedacht So 20 Uhr 30 Okay Dann könnte ich vielleicht so 4 plus 3 So Zwischen 3 und 4 aufstehen Damit ich dann um 4 Uhr Joggen Gehen kann Gehen kann Aber nee Nee Mein Kopf sagte wohl Nee So geht das aber hier nicht Du kannst nicht einfach früher schlafen gehen Ja Und dann hoffen Dass du früher aufstehst Wo leben wir hier Ja Ich weiß es auch nicht Auf jeden Fall Jetzt ist es mir zu spät Jetzt ist es mir zu spät Es sind bestimmt viele Leute Morgens Zumindest Leute die dann spazieren gehen mit dem Hund Nee 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 Das kann ich nicht Das kann ich nicht riskieren Räule Es ist jetzt hier kein Dingsiboot mehr Ich muss die Seite nochmal raussuchen Äh wir können auch hier so weiter gehen So So Äh 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 Morgens Was ist denn Dingsiboot Dingsiboot Welche Seite war das denn hier Es sind so viele komische Seiten Ja Aber nur eine hat mir wirklich weitergeholfen Hauptsache ich gebe immer Fische ein Nicht Insekten brauchen So Also Die braunen Zikade Ach nee die nicht Riesenzikade Nee die auch nicht Amt Zikade haben wir gerade gefangen Mhm Die Goldskarabeos An Bäumen Okay Riesenhirschkäfer An Bäumen Okay Okay Der Ziklomatus An Palmen Okay dann haben wir doch was an Palmen Okay So Ist das good to know Würde ich da sagen Ne Heute Abend ist außerdem die Ähm Dings Oh wie heißt es Die Ich wollte Ich will immer Unity Media sagen Aber die heißt nicht so Die Ubisoft Äh Game Show Also Ne Die Ubisoft PK Wären dann Von denen neue Spiele Vorgestellt Ich denke man sieht dann sehr sehr viel von Valhalla Natürlich Auf Just Dance Wahrscheinlich auch Und ja Darauf freue ich mich Freue mich natürlich mehr auf Die Harry Potter Ankündigung Die vielleicht mal irgendwann Bestande kommt Es dauert glaube ich noch alles Leute Es dauert 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 Mann 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 Ich möchte doch jetzt nur hier Noch einen Käfer fangen Ich weiß Ich hab ja Oh nein Da war der Riesen Da war irgendwas riesiges Ach Schön Schöne Kacke Oh man Das ärgert mich jetzt wirklich Seitdem ist keine Palme mehr Och man Wieso bin ich so blöd Ich weiß es doch nicht Mann So was So was ärgert mich echt Oh Ich hab mich noch nie gesehen Oh Gott Wie geht ich dich denn jetzt am besten da Oh Gott Ich hab Angst Oho Ein Stab Schrecke Wie Du hast den schon mal gehört Äh Aha Den Witz hab ich jetzt wirklich nicht verstanden Ist noch eine Zack Hab ich dich Hab ich dich Ne Ich hab den Echt nicht verstanden Komm Den Riesenhirschkäfer Den hätte ich jetzt ganz gern nochmal So du kannst weg Hier können wir kurz laufen Da hinten haben wir nochmal einen Nasehornkäfer Nasenkäfer Nasehornkäfer Irgendwie sowas Ein Nashornkäfer Ja doch Nashornkäfer Ich glaub der war früher immer recht viel wert In Animal Crossing Ne da ist nichts Okay Da oben ist so einer Okay Den brauchen wir nicht Den brauchen wir auch nicht Deswegen können wir da mal durchrennen Hier ist momentan keiner Ich brauche mal Auch nicht Das auch nicht Johanna Das brauche ich auch nicht Kannst du mal bitte Platz machen Für Gilliver Oder sowas Irgendeinen anderen Typen Okay Dann gehen wir nochmal zum Schrank Diesmal gehe ich vorsichtig Vorsichtiger Dahin Oh Okay Da ist nichts Da ist auch nichts Okay Da ist auch nichts Du 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 Ich zehnte wirklich keine Palme mehr Doch Eine Wanne noch Ich wusste es doch Ich wusste es doch ich habe den baum geschützt dabei wollte ich hier meine mein gefängnis raus holen das ist auch nichts was das hier wieder ich brauche ich nicht ja erlaubt immer herum hier war nicht nur kurz über den bäumen also ich glaube das ist wieder eine armen zikade aber ich bin mir nicht sicher ja zikade zikade noch eine zikade die ich hier fangen muss um die uhrzeit giraffenirschkäfer gibt es auch alle topos rosenbergi an bäumen an bäumen atlas käfer ja das ist ja nicht neu das ist ja hier ein witz es gibt wohl viele neue auch wenn man schüttelt an einem baum ich meine wir können das gerne machen muss ich jetzt hier echt jeden käfer einfangen damit ich nicht untersehen irgendeinen vergessen ja es gibt so viele verschiedene arten das ist ja sehr schrecklich ich fange aber nicht mehr ein ich habe geschützt und die dinger sind nicht abgegangen du bist auch nichts neues ne ich weiß auch nicht wie so ein giraffendings aussieht da haben wir was was ist es oh oh ein goldskarabeus ein juwel auf beinen sehr schön das sieht ja lustig aus und das habe ich schon ich habe ich gerade gefangen ach man da bist du wieder verkackt kannst du nicht sein wo jetzt wieso tust du was ich weiß es nicht ich weiß es nicht okay okay wieso tue ich sowas man 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 runterlaufen runter 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 das ist nicht das ist ein hei komm komm gib mir geld vollkommen daneben vollkommen daneben aber jetzt habe ich getroffen ich habe da schön mit einem ähhhhh wahlhai wollte wahlhai sagen aber irgendwie klang mir das dann doch irgendwie wieder falsch habe ich lieber nichts gesagt oder ich wollte ein hammerhai sagen aber da wusste ich dass es das nicht ist genau genau du 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 oh ups wollte hier die taste einfach mal drücken so nachher gehe ich dann hier auch nochmal ins wasser und suche nach einer kammuschel ja bis jetzt habe ich nur perlen bekommen so langsam wird es mal zeit oder er gibt einem nur jede ähhhhh jede woche ein rezept das könnte natürlich auch gut möglich sein aber wenn ich morgen dann ein rezept bekomme leute dann bin ich mir auf jeden fall sicher uuuh uh ok 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 nein ahhhhhhh ahhhhhhh die Ecke ist aber auch gefährlich leute die Ecke ist gefährlich ne ist auch kein wirklich neuer die ecke war gefährlich bist du ein heil ne doch ist auch ein heil und sagt bis gestern ja nichts gemacht wirklich nichts hatte ich keinen bock das letzte hat mich so was von abgetönt das war richtig richtig kacke ich kann ja gar nicht verkaufen ich glaube ich vielleicht brauche ich einfach eine baumplantage aber ich mag es eigentlich so wenn die so ein bisschen versetzen ich bin nicht so der fan von so geraden linien er so versetzt hat finde ich schöner fällt mir viel mehr immer vorsichtig gehst du mal bitte weg jörner irgendwie hat er einen dickeren äh dings danke irgendwie ist er ein bisschen dicker weiß auch nicht warum aber irgendwie ist er ein bisschen dicker ja er ist neu atlas kämpfer ach das ist der atlas falter ach mit dem habe ich das verwechselt ich habe geschnaupt ich habe es geschnaupt ich habe es geschnaupt das sind auch schon über über 15 minuten ok 2 minuten machen wir noch dann haben wir 20 20 ist eine schöne zahl goldmisskäfer der sieht noch nicht so goldig aus denn mehr platz habe ich leider doch habe ich eigentlich ach ja wir müssen aber die dinger da noch wegkriegen ja gut das machen wir dann noch schade ich hätte ganz gerne ein riesen dings gehabt aber da war ich zu blöd zweimal zu blöd tut mir sehr leid so dann bringen wir die mal hier weg schade ich habe den echt gerne gehabt Mist egal wir haben noch Zeit oh je ich bitte um pardon Moritz wir kommen im museum wie darf ich ihn ziehen äh ich will etwas stiften das sind sogar fünf naja gut ne mit riesenmuscheln ja dankeschön danke danke ich würde ich will mir mal kurz ansehen wo die riesenmuschel drin ist im riesigen aquarium oder woanders das ist ja die frage ich will ja so eine abstimmungsfunktion machen aber ich glaube ich die ist nicht mehr drin ne ok da schon mal nicht ich glaube die ist nicht mehr hier auf youtube da haben sie raus genommen weil sie irgendwie ihre konzentration auf andere projekte machen wollen ich meine was wird an so einer abstimmungsfunktion noch großartig hier verbessert weiß ich nicht schon lächerlich so eine aussage zu treffen ok hier also ne also hier sehe ich jetzt keine riesenmuschel hier oben ah da ist sie tatsächlich schön schön Leute das war es mit Animal Crossing ich werde gleich tauchen gehen und noch ne kammuschel suchen das dauert meistens so 10 bis 30 minuten und deswegen würde ich sagen bis dann euer KamiThor3 bis morgen tschüss bis dann Vielen Dank.